Alter Chris, Mann! Was denn? Schöner! Ich muss fast nämlich reingeflogen. Wow! Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar über das Ganze ein kanalübergreifendes Projekt. Ihr seht das jetzt hier auf GamerStick.lp. Ich bin der Onkel und mit am Start ist der liebe Gabax. Jo, hallo Leute. Der Chris von Chrisplay. Hey ho! Der Nero. Jo, servus! Er nimmt ja selber gar nicht auf. Dann haben wir den Noxy von 4Gamer. Guten Abend, liebe Leute. Und der Agro, den ihr von GamerStick.lp kennen müsstet. Hallo! Jo, okay. Und wie ihr seht, wie ich schon gesagt habe, geht ja online bei uns in die zweite Staffel bei GamerStick.lp. Bei den anderen wird das alles die ersten Folgen sein. Und es wird auf jeden Fall die bessere Staffel, liebe Leute. Denn es sind mehr Leute. Zwei Leute fehlen noch. Die kommen alle noch dazu. Die nächsten Sessions. Und jetzt würde ich sagen, das starten wir gleich mal mit einem fetten Job. Und zwar einen, der uns immer sehr viel Freude bereitet hat früher. Und zwar... Top Fun. Top Fun, genau. Ja, leg mal los. Erklär kurz, was ist das? Also ich muss mich outen. Ich bin GTA-Neuling. Ich habe das früher auf der PS3 gehabt, aber das ist schon so lange her. Ja, kurze Erklärung. Es gibt welche, die Jet fliegen und es gibt welche, die zum Beispiel Motorrad fahren oder Fahrrad fahren. Und die mit dem Jet müssen halt versuchen, die mit dem Fahrrad halt abzuschießen. Während die versuchen, von A nach B zu fahren. Alles klar. Let's fetz. Lager Feuer. Ich würde sagen, fangen wir mal mit Top Fun 1 an und dann... Ich weiß gar nicht, ist das zufällig? Wie zufällig? Jetzt ist er weg. Alles zufällig. Ihr könnt dann die Seiten auswählen. Da ist er weg. Wie komme ich da jetzt rein, dann? Ja, ja, ist ein klein Moment warten. Das hier ist ja so eine Art Lobby. Genau, Tageszeit. Machen wir mal lieber tagsüber, ne? Morgen, tag. Agrokolbe. Das soll wieder die besten Moves ausgepackt. Oh ja. Da ist mein Scheinwerfer, Leute. Jawohl. Warte, ich komme mal zu dir. Das macht ja Spaß. Oh ja, komm. Ich bin nämlich hier der einzige weibliche Charakter in unserer Wande. Mäuschen. Wir haben jetzt ein Date oder ich erschieße dich. Ich habe euch jetzt alle eingeladen. Ihr könnt euch jetzt, glaube ich, über das Handy anrufen. Wir abrufen. Wie komme ich in Handy? Warte mal. Sag, Candy, Jobliste, Onkel. Onkel, wie komme ich in Handy? Mit, ähm, Cursor-Taste rechts oben. Ich habe auch Controller wie du. Also, hochtricker, ich steuere gerade als hochtricker. Ah, und dann? Jobliste. Auf Jobliste, genau. Bam. Annehmen. Genau. Schauen wir doch mal. So, darf ich starten, wenn ich dann zu fischen? Ha, ich habe nur zur Info. Nur zur Info macht alle mal das Radio aus. Ja, ja. Ja, ist... Was ist das hier? Leichte Panzerung kaufen? Machen wir. Ja, das bringt es eh nicht. Ihr könnt euch jetzt am Anfang auf jeden Fall die Seiten wählen, ob ihr jetzt die Flugzeugseite wählen wollt oder ob ihr jetzt hier fahren wollt. Von Punkt 1 nach, äh, Punkt A nach B. Ja, das ist gleich. Ich habe ein kleines Problem. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich würde empfehlen, ich würde euch echt empfehlen, Fahrrad zu fahren, weil das ist leichter als mit dem Jet die Fahrradfahrer zu erwischen. Muss ich noch irgendwo bestätigen? Nee, ist wirklich so. Was, was, wie, wie, Atro jetzt? Warte, 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 warte. Ich muss nur schnell einen Zoom bringen. Ich habe kein Geld. Oh Gott. Das ist eine schwere Panzerung? Nee, brauche ich nicht. Doch, 200. Wofür? Wird mit eine Runde. Unbewölkt und nur feste Waffen, okay? Witzig, ne? Gewinne mit einer Runde. Genau, also wir haben jetzt zwei Teams, genau. Also ein Fahrradteam und ein Jetteam. So, leider startet jetzt das Ding schon. Ich habe... Tja, warte. 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 Ich möchte gerne zu den Jägern gehen. Also Jäger ist eben, wie gesagt, der Jet. Ich will auch Läufer machen, glaube ich. Das ist witzig, Alter. Ist das Scheiße? Was nehme ich denn schönes? Die Hexe? Das ist geil. Oh, das ist geil. Trocken Vögel. Das passt... Wo kann ich denn mein Stil ändern? Gar nicht. Ähm, Outfit-Stil, ja. Achso, breit. Ich bin jetzt Jäger? Jetzt ist Onkel und Nero ist Jäger, alle anderen sind... Ne, noch einer, irgendwie noch einer Nero, irgendwie ist noch einer bei mir Also zwei Läufer Nero, Onkel und Gabel? Zwei Läufer, okay, das ist fies Eigentlich ist es andersrum besser Dafür sehen wir gerade geil aus Ja Das ist die Zombie-Army Ist normal, dass es hakt? Ja, ja, das ist immer so Bei mir passiert gerade doch jetzt So, und jetzt ist man auf das Bike und dann... Genau, ihr müsst aufs Bike und in die Stadt fahren Da ist auch auf der Map eine Markierung So, und wir müssen hier mit dem Jet einsteigen Und ich muss auch sagen, das Ding hier ist bei... Oh, das war wieder daran gewöhnen, ja Das ist jetzt die PC-Version, weil ich sonst noch die erste Staffel war auf der PS3 Und jetzt hier das ist... Oh Gott, wie steuert man nochmal? Ey, mach keinen Scheiß! Nero! Ja? Ich kann nicht fliegen mit dem Jet Äh, shit, wie steig ich nochmal auf? Wie steig ich nochmal auf? F, F, F F? Nein, da steig ich aus! Äh, Chris? Ich wollte aufsteigen, nicht aussteigen! Ja, das ist die Kälte, du aussteigend! Das hat er extra die tastenlose Trinke sollt, weißt? Stimmt, sorry! Ich guck grad mal, wo hier... Wo hier Handbremse und sowas ist Wo war der noch? Handbremse ist L1 Vor allem Handbremse beim Motorrad Finde den Fehler Kann es geben! Kann es geben, das ist aber weh! Boah, was ist hier los? Da ist jemand hinter mir! Ne, doch, was! Ähm, spielt noch wer mit Tassatur? Ja, der West? Ja, wo ist denn... ...ehm, hoch und runter fliegen? Alter, hau mal ab! Ich hab Essen da hinter mir! Ja, ich glaub! Na, äh! Probier's mal einstellen! Wir sind schon hier am Baller und gab es so! Wer ist denn oder? Ja, weil ich nicht mehr weiß, wo ich... Was? X und E? Ne, normal, wer ist der oder Q? Ne, ich will! Das soll ich mir genau! Q, ne, Q ist Quatsch! Wer ist jetzt noch bei mir, Läufer? Oh, das ist sauschwer, Mann! Wer ist jetzt noch bei mir, Läufer? Nox, Nox! Wow, 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 hau ab! Kann man auch okay, oder? Wuhu! Ah, okay! Ich hab's! Hey, Läufer! Numtas! Oh, oh, fuck, 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 fuck! Das war knapp! Also, ich muss sagen, ich muss nachher nochmal die Sound-Age-Stelle ein bisschen runterschrauben, ja. Aber das machen wir dann später. Das ist mal ein Turbo-Wirks. Wenn nicht, bin im Auto! Okay, jetzt wird's schwierig! Oh, shit! Nein! Wo konnte man die Waffen wechseln? Oh Gott! Ja, fuck jeden! Hast du so wichtig? Ja, Nox, he's toad! Der kommt gegenweg! Ach, und das kann? Runter? Hoch? Nein, ich hänge fest! Umschalttaste, oder? Läng mich doch, ey! Lauf! Ja, Umschalttaste! Wie komm ich denn da hoch? Boah! Selbstmord? Ja, ja. Oder so. Der Strommast war am Weg. So, erliegen die Gegner, dann steigen wir mal runter. Neero, was machst du denn? Der Strommast war am Weg! Gabbach, der regelt dann alles, oder was? Ungefähr. Auf Jungs, los! Wo ist er denn? 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 Ich schaff das, ich schaff das! Oder oben seh ich ihn schon fliegen? Ja, beide. Kann ich hier nicht brauchen. Wo ist er denn noch ein Fahrzeug? Sind das Senkrechtstarter? Ne, leider habt ihr irgendeins. Na, ich seh... Da unten steht meins. Ach so, unglaublich! Ich seh's! Ich seh's! Gab's nicht auch irgendwo nen, ähm, Turbo? Ja, noch haben sie Hool. Mann, der steigt nicht auf! Nachbrenner gibt's da auch, ja. Ja, wo denn? Der steigt nicht auf, dein... Welche Taste denn? Gabax kommt? Gute Frage. Vielleicht Schifte oder so, ich weiß es nicht. Ich will hier kein Auto haben. Ich will hier nicht. Ach, das ist so relativ vor. Ich muss ja nur ein bisschen beeilen, weil, ähm... Ja, ich spiele nicht. Wo ist der? Weil da jetzt gar nicht in diesem Gebiet drin ist. Ja, da ist jetzt gar nicht doof da drin. Ah, geht auch. Ich werde lieber das Motorrad behalten, aber egal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und fährt er im Auto. Ja, ich hab schon gesagt. Gar nicht. Gar nicht. Alter! Ich hab... Also L1 ist nicht Bremse. Handbremse. Wir sehen diese Raketen nicht normalerweise an. Ja, du hast ungelenkt und ungelenkt. Du musst Nummer eins umschalten. Du fährst da hin, Alter. Du musst links. Der Verdächtige wurde als Premierer mit dem Straßennamen Chris Bay geortet. So. Ich schaff das. Ich muss dazu sagen, ich hab das jetzt schon auch ewig nicht gespielt hier. Und ich weiß, ob das noch gesteuern kann. Boah, also der Schatz ist ja echt so schwierig, Mann. Ist der Wahnsinn. Wir haben Probleme. Wow. Der war knapp. Wo fährt er denn hin? Wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Na, ich frag mich, wo da ist. Wer ist unten in der Stadt? Wo. Wo. Komm schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Wo, 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 wo. Ihr seid zu dritt. Wo, wo. Ich bitte euch. Alter. Ja, ich muss erstmal die Steuerung wieder hinkriegen hier. Jetzt bräuchte ich einen Nachbrenner. Wo, wo. Oh, da kommt einer. Da kommt Kabak. Nein! Nein! Hab ich dich? Ja. Echt? Ich hab Selbstmord begangen gerade. Nice. Kamikaze. 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 Scheiß Kamikaze. Ich hab die vielleicht gefunden, Alter. Krass, scheiße. Heftig. Süße Leder Elf. Oh, ich hab einen Rang erhöht. Hehehehe. Jetzt kann man nämlich alles machen. Eeeee. Achso, hat jemand überhaupt einen Timer an? Ich hab total vergessen, einen Timer anzuschalten. Ja, 10 Minuten. Okay. So, was machen wir jetzt nächstes? Was haben wir denn hier, Onkel? Ja, das Ganze mal umgedreht, ne? Wollen wir doch mal wiederholen? Umgedreht, okay. Jo, gerne. Hilfe! Ja, ich bin gerne mal auf dem Fahrrad. So, machst du das? Äh, wo ist das denn? Ein, enthalten. Achso, das musst du machen, ne? Wiederholung hier unten. Da musst du draufklicken. Ja. Genau. Okay, dann geh ich jetzt zu den Läufern. Hehehehe. Oh Gott. Ja, ich geh auch zu den Läufern. Die fliegt man auch mal. Ja, wen? Benutzt du Tastatur? Ja. Nee. Ja, da musst du Num-tasten oben auf 8 und 2. Ja, ja. Mit WASD kannst du ganz normal steuern und mit 8 und 2 kannst du hoch und runter und 4 und 6 Drehungen machen und so ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob die bei mir überhaupt gehen. Klar. Hätte ich noch nie in Benutzung. Jetzt hab ich Agro eingeladen. Du, Agro, kannst du jetzt mit? Eww. Jetzt ist er da. Ja, dann starte mal. Alle da? Ah ne, eingeladen. Moment. Moment, der ist bis jetzt noch eingeladen. Ja. Jetzt hat's. Yes, cool. 3-3. Bin oben weg. Okay. Wenn ihr jetzt auch noch mit dem Controller steuert. Ja, los. Und dabei. Ich steuere auch mit dem Controller. Ach, sieht man ja auch. Guck mal, Maus. Ja, cool. Man sieht richtig sehr verpönt. Und wenn nicht. Wär bescheißt, ne? Oh, ich bin ja da. Oh, 3-G-3, ne? Hahaha, jetzt geht's los, Junge. Jetzt wird's ernst. Moin Ernst. Ja. Dann würde ich sagen, Spiel starten. Ja, mach. Do it. Okay. Wui. Mal gucken, wie sich Chris zu fliegen entstellt. Hahaha. Explodiert gleich irgendwo. Auf der Landebahn. Einfach vom Himmel gefallen. Du musst auf jeden Fall mit R2 Gas geben und dann tust du mit dem linken Stick hoch und runter lenken. So, äh, Läufer. Und mit L3, wenn du das reindrückst, tust du dein Fahrwerk da reinfahren. Ähm, einer muss mal aus dem Läufer raus. Hm. Achso. 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 Chris, du musst rüber. Chris. Was? Ja, du bist jetzt Jäger. Ja. So. Hä? Na ja, natürlich Jäger. Ja, ja. Dann, jetzt, ne. So. Ich bin bereit zum Spielen. Oh. Achso. 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 Die fress hässlich aus. Chef, mir geht's nicht gut. Achso. Achso. Chef, mir geht's nicht gut. Achso. Achso. wahrscheinlich nicht mal rein ins Flugzeug. Schau schön mit dem Motorradflügel weiter. Erstmal hupen. So, ich nehme ja mal das erste hier. Und tschüss! Nero! Nero! Wie konnte man sich nochmal reinneigen? Ja. Also dass man schneller ist? Weiß nicht, du spielst doch mit der Tastatur. Ja. Ab, geh die Post, wir müssen umdrehen. Oh! Oh! Wir brauchen einen Fluxkanalysator. Wie laut das gerade ist. Aber es geht. Das Problem hat ich auch gerade gehabt, dass der Chat mega laut war. Nein! 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 Wie kann ich schießen? Ach, wer hast du? Mit Dreieck. Nein, Quatsch! Nein, Quatsch! Hupen. Alter! Da kommt ja schon ein Dead, war? Ja, das bin ich. Oh, da gibt's schon einer. Oh! Bam! Bam! Oh, hast du ein Glück! Und mit Vier kannst du die Waffen wechseln. Oh! Alter, ihr seid doch alle voll Akro! Oh! Oh! das ist aber auch nicht echt nicht einfacher ne ist aber geil du flieh das kischee so alter die Raketen die sind so akku jungs bam bam jetzt hab ich euch alter wow bam aber das ist knapp man hab ich nicht erwischt ne gibt's doch gar nicht ja das Ding ist die haben natürlich noch ein bisschen vorlauf die Teile ne du musst immer ein bisschen ich will jetzt die wir ab die wir ab ne genau boah alter boah alter boah so ich fliege ja mal ein mit dem scheiß Motorrad ja da vermische ich das ehrlich nicht er muss immer ein bisschen bremsen boah ne was was bremsen jetzt aber jetzt hab ich dich eh jetzt wow nein jawoll da hat der akku selbstmod begann ja ich bin sara keri warte 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 warum steht ihr denn da rum ihr bewegt euch überhaupt nicht doch ich muss ja auch noch aufladen jetzt aber wie aufladen was ja der fährt jetzt bei mir mit höll ich hab mich wahrgestellt wie kann man das reinziehen mit l3 ach so hast du ja jetzt schon gut mit l3 ja okay geh geh ist er ist langsamer richtig langsamer auch ich merke ja 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 weil es dem Moment wo du es gesagt hast du 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 ausmachst ja dann fällt der echt wie ein Stein so ja ja herrlich scheiße komm einmal machen wir noch ja gefällt mir gut ihr könnt auch abstimmen ja immer daumen hoch ich mach nochmal also ich geh jetzt nochmal in die Flugzeuge ihr wisst ja ihr könnt ja das nochmal mixen genau ja ich hau ab ich will auch nochmal Flugzeug machen ok also Chris und Onkel Flugzeug wer noch ja ich mach auch noch mit und klar dann fahr ich wieder ich hau ab ich auch dann wie du hast achso tschüss 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 es gibt auch viele langweilige Levels aber naja die ziehen wir so durch mit Stück für Stück passiert halt auch mal ja aber Top Fun macht halt Top Fun macht halt ja also Top Fun ist vor allem auch geil wenn du Flugzeug gegen Flugzeug also so Jet gegen Propeller Flugzeug das ist schon richtig heftig so wie kann ich denn jetzt hier bereit drücken ach da ich bin ein Jäger das ist vier Jäger gegen zwei was was drei gegen drei ist ja bei dir kaputt was stimmt damit ja nicht Makro Onkel und du ist doch alles in Ordnung äh Chris du musst glaube ich rüber noch ne wenn du Jet flingelst ich bin noch so Jäger ich bin noch so Jäger ach shit ich hab von denen dich noch nicht bestätigt tschuldigung ich hab aber jetzt bestätigt ich bin Jäger jetzt sind aber vier bei Jäger was 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 also bei mir stehen vier oh Onkel nur mir bei mir drei gegen also drei zu drei Nox ah doch drei zu drei ne vier verdammt ich bin ich bin im falschen Team nein das du musst ja noch auf Team ne du musst ja noch auf Team beitreten gehen du musst ja noch auf Team beitreten gehen Nox das stimmt ja nicht mehr hab ich verkackt ich hab noch satt bin Jäger egal ihr stürzt eh alle ab und dann muss ichs regeln noch mehr geht mir der Motor nicht aus glaub mal du bist Läger du Chris flieg du bist Läger 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 ok so wo fahr denn nochmal Speed wisst ihr das? wir wollen ja losfliegen wo konnte ich jetzt nochmal die Tastatur ach quatsch die Munition wechseln gut viereck Apulado jetzt bei mir ist Xpam bei mir ist Xpam oh shit ne ich hab aber Tastatur ne ich hab aber Tastatur na querfeld ein gemochen dooh alt ne Herren explosation im ich schießs nicht 1983 Ach ich hab ungelenkt Ach so! ich hab ungelenkt ja ungelenkt sind teilweise geil aber weil du dann vorhalten kannst jetzt soll ich abdrücken und dann habe ich aus der sehnte waffen gewechselt das war die senkrechtstarter nicht haben ich krieg den nicht also das ist einer ja schon viel weiter den müssen wir mal kriegen da lacht er das fliegt nicht in mich rein schön abgelenkt er konnte man nicht irgendwo die die um wo ist er ja mit erb er fängt hier war wo schweig kreuzer so wie nahm wir denn da noch weiter Kriss, Mann! Was denn? Tschöma! Was warst du nämlich reingeflogen? Oh! Alter! Was ist denn? Tschö doch mal! Mach keinen Schein! 2 cm neben dir war ein Haus da! Ja, das ist geschehen! Was macht denn der? Der fährt am Kreis, ey! Echt? 3, 2, 1! Da würde ich mit einer einfach reinfliegen! Das wäre ja langweilig! Ach, da unten ist er! So, Schloss! Hallo, Akbar! Sind sie im Gürtel ohne Wicht? Ja, genau! Aber guck! So, schau mal! Ja, der fährt hier im Kreis, der... Ist so klein nicht wahr! Du drehst doch grad! Da unten steht der Leere! Ich sehe schon, komm mit irgendjemandem krachig hier zusammen! Wie die sich mit dir... Wow! Alter! Was? Boah! Fuck! Doch kein Scheiß! War es halt Selbstmord begangen? Ja, ich bin den Haus weggeflogen! Chris? Boom! Da hab ich ihn! Aber nur weil ich an der Laterne gehauen hab! Gewinner! Er hat so fast schön gecrashed zusammen! Ja, das war echt knapp! Siehst du mir die Zeit aus leider? 21! 22! Level 12 erreicht! Schöner Abschluss! Da würd ich sagen... Da würd ich sagen... Gibt mal hier den Part für heute! Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht! Und... Es wird trotzdem noch geiler! Ich glaub nicht, dass das der Höhepunkt unserer GTA... Äh... Unserer GTA... Wie heißt das? Unserer GTA Let's Plays wird! Und... Ja, würd ich sagen... Sehen wir uns dann morgen... Ne, quatsch! Wann sehen wir uns wieder? Fängt nur noch Mittwoch wieder! Ne, quatsch! Ah geil! Im nächsten Part sehen wir uns wieder! Ja! Äh... Bis dahin erstmal sind wir alle raus! Gib dir ein Däumchen! Über einmal drauf gucken! Die ganzen Kanäle sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt! Und... Ja... Bis denn! Ciao! Macht's gut! Tschau! 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 Tschau!